Her, her zu mir, das alles hinter dir Die Zeit ist frei, für uns zwei, für uns jetzt und hier Du ziehst mich wahrlich an, ohne Worte Das große Ziel wird dir zum Eifelmach, zu Warnelie Melodie, wo-oh-oh Melodie, de Marie Melodie, wo-oh-oh Wir wollen nicht Unit Melodie, wo-oh o Melodie, Deine Melodie, wo-oh-oh Wir wollen nicht Artist Olli Nack! Olli Nack! Olli Nack! Wollnitzen Sie zu den Wollnitzen-Leon Freude des deutschen Schlags, wir schreiben den 27. August 2 auf den Länden und ich sag's einfach jetzt noch mal und ihr drückt alle Auslassen. Alle Auslassen, ich willkommen heute Abend hier zur Liga-Party des Jahres, aufgestockt mit der Füße aus Feier! Auslassen! Alle Auslassen! Freunde, ich freue mich riesig hier als Fischi-Güblicher, RCL, Schlagergott. Heute Abend, diesmal in der Welt zu sein, sondern auch als Sonocast. Es sind alle dabei, Freunde, JAK-Event, JAK-TV, RCL. Wir sind alle dabei und ich freu euch einfach mal. Happy Bravo Party! Das ist eine Haki-Proba-Party. Ich freue mich, die Hände zum Himmel und wir klatschen jetzt alle mal. In Touch, zusammen im RTL, Sie sind bei. Komm alle rein! Ja, 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 ja. Melody Wie wir uns gemacht Melody Melody der Nacht Melody Wie wir uns gemacht What not Melody, why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Melody Whoa-oh-oh Melody, yeah not Melody Whoa-oh-oh We do unskills Guten Abend Danke schön, Mausweiler Freunde, ich freue mich riesig heute Abend, hier zu sein wieder in der Heimat nach Rochelag in Deutschland zu gehen und ich fühle mich einfach verpflichtet einfach mal was zu sagen vor 13 Jahren wurde hier der Kunst an einer Stoppel-Party gelegt und 13 Jahre später wurde das Event immer weiter aufgebaut und ich denke einfach mal Freunde, dieses Event hier in unsere Region in unsere Reimat zu holen vom Jungen-Sellenverein Bausweiler nicht nur Initiatoren, Sponsoren, Helfer und alles was dazuhört euch allen einen riesen Applaus, Freunde! Ist das so? So und ja ich hab sie natürlich heute mit dabei meine neue Hitzlinge aber natürlich, womit hat alles angekommen und zwar